Ja, grüß Gott, wir befinden uns hier im Illuminatenpark mit dem Grafen wieder unterwegs, der uns heute den Ursprung der Salzburger Illuminaten zeigen wird. Wir befinden uns hier im Häcksenloch in der unteren Krypta. Der Graf wird uns hier gleich hineinführen. Herr Graf, wenn Sie uns, bevor Sie uns in die Höhle gehen, noch kurz was erzählen über den Illuminatenpark und über die Höhle, in die wir jetzt gleich gehen werden. Hahaha, unser Lieben darfst du geben, niemals deine Zeit versehen. Ja, wir folgen Ihnen jetzt einfach mal der Graf. Man sieht hier, das ist sehr wild. Vielen Dank. 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 Danke für die Aufnahme, Herr Graf.